Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für gestern, den 21. August. Ja, sorry, Vorbereitungen auf die IFA in Berlin haben dann doch zu lange gedauert. Und dann ist der Geek Talk Daily leider untergegangen. Aber dafür gibt es heute nochmal den Nachschlag zu gestern. Warum auch nicht? Also, heute dabei Snapchat, Gmail, Apple Pay und Twitch Prime. Beginnen tun wir mit Snapchat. Die haben ja bereits im November 2017 angekündigt, die Android-Version komplett general zu überholen. Das war auch ordentlich nötig, denn Android war bei Snapchat auch immer so unter ferner Liefen. Nichtsdestotrotz ist es zwar immer noch nicht freigeschaltet, ihr könnt es aber schon freischalten, wenn ihr einen Root-Zugriff auf eurem Android habt. Und dann habt ihr nämlich Zugriff auf die Alpha-Version, die durchaus noch hakelt. Aber, tja, gut Ding will Weile haben. Wer da Lust drauf hat, der kann sich das mal antun mit allen Risiken, die bei sowas natürlich entstehen, wenn man das, ja, wenn man seinen Android-Auf-Root-Zugriff setzt, was auch immer. Das wollen die Hersteller ja nicht. Aber wenn ihr das gemacht habt, wisst ihr wahrscheinlich auch, was ihr tut. Ja, wo man vielleicht ab und zu nicht weiß, was man tut, wenn man halt eine Mail abstickt mit Gmail und vielleicht in letzter Sekunde dann, wenn man schon drauf gedrückt hat, denkt, Ui, da ist was falsch drin, ich habe was vergessen. Oder ich hätte vielleicht etwas nicht so formulieren sollen gegenüber jemandem. Tja, dafür gibt es mittlerweile in Gmail, in der Web-Version, eine Undo-Funktion, wo man die Mail zurückholen kann. Und eigentlich ist das so ein kleiner Fake, denn die Mail wird natürlich nicht richtig zurückgeholt von irgendeinem Mail-Server, sondern Google macht mit Gmail eine kleine Verzögerung rein und die liegt, also die Mail liegt dann immer noch auf dem Google-Server und wenn man schnell genug ist, kann man sie dementsprechend dann eben noch aufhalten. Und diese praktische Funktion, die wird jetzt auch gerade auf den Gmail-Clients für Android freigeschaltet. Nicht alle haben sie bislang, aber diverse Leute haben sie schon freigeschaltet bekommen und dann funktioniert es wie im Web. Einfach während des Absendens unten nochmal stoppen, beziehungsweise wenn sie abgesendet worden ist, unten auf Ando tippen und dann hat man vielleicht noch Schaden abgewendet. Die nächste Nachricht geht über Apple Pay. Und wir warten ja in Deutschland immer noch, aber es ist ja bald soweit. In Amerika geht es dafür umso schneller immer weiter, denn Apple Pay gewinnt immer neue Partner und die haben jetzt auch Costco gewonnen. Costco, das ist praktisch wie die Metro hier in Deutschland, also wo man mit einem Gewerbeschein reingeht und dann halt auch, weiß ich nicht, Zucker in 5 Tonnen Säcken kaufen kann. Ja, Costco hat in Amerika 750 Läden und die werden jetzt alle Apple Pay einführen. Costco hat auch Tankstellen, die sollen Apple Pay dann auch noch bekommen und damit hat Apple Pay nach CVS und 7-Eleven den nächsten großen Partner an Bord, der die Bezahllösung akzeptiert. Und zu guter Letzt noch eine Nachricht zu Twitch Prime. Twitch, das ist ja die Online-Gaming-Streaming-Plattform, die Amazon vor vier Jahren gekauft hat und seit zwei Jahren kann man als Amazon Prime-Kunde auch Twitch Prime benutzen. Da bekommt man diverse Benefits, freie Spiele und werbefreie Streams. Und genau das Letzte, also werbefreie Streams, die werden abgeschaltet. Also verabschiedet euch oder macht noch schnell ein neues Prime-Abo, dann habt ihr noch ein Jahr Zeit, also wenn ihr verlängert um ein Jahr, bevor das zuschlägt. Ansonsten ist Mitte September Schluss mit werbefrei, aber mein Gott, da müsst ihr die Werbung halt akzeptieren. Andere Alternative ist Twitch Turbo zu abonnieren. Das kostet 8,99 Dollar im Monat. Tja, ich glaube, dass der normale Amazon Prime-Kunde das nicht braucht und die Gamer, die werden wahrscheinlich eh schon ihre Entscheidung getroffen haben. Ja, und das war's auch schon für gestern. Ich wünsche euch, dass ihr gestern einen tollen Tag hattet und hoffe, dass wir uns gleich in der nächsten Folge für heute wieder hören. Ciao, ciao! Hört mehr Geek Talk! Hört mehr Geek Talk!